Mehrheit der Deutschen hält die Rente für nicht mehr sicher. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, heute ist der 7. April 2024 und ich habe mal wieder im Internet ein bisschen rumgeschmökert und habe dann dort auch feststellen können, mit ganz großen Aufmachungen, angefangen von der Bild-Zeitung, über die Zeit Online und andere Online-Zeitschriften und Magazine im Internet, dass eine Mehrheit der Deutschen die Rente nicht mehr für sicher hält. Und ich habe hier mal einen Beitrag von Vodafone Live, gucken wir uns das mal an, was die schreiben. Und zwar von heute 0.35 Uhr, sie schreiben Mehrheit hält Rente langfristig nicht für sicher. Die Deutschen blicken laut einer Umfrage skeptisch auf die Sicherheit der Rente. Am jüngsten Reformpaket der Regierung gibt es heftige Kritik der Arbeitgeber. Der Beitrag meint hier Arbeitgeberpräsident Dulger. Meine Damen und Herren, können Sie sich noch daran erinnern, erst vor ein paar Monaten hat unser Bundeskanzler ja selber gesagt, die gesetzliche Rente ist nicht mehr sicher. Wenn wir nicht genügend Zuwanderung bekommen, gibt es Probleme mit der gesetzlichen Rente. Und das hat sich wirklich eingebrannt. Die Leute haben das nicht vergessen. Und nun hat im Auftrag der Bild-Zeitung das Meinungsforschungsinstitut INSA für die Bild am Sonntag eine Erhebung gemacht und hat mal nachgefragt. Wie sieht es denn aus, liebe Deutsche? Seht ihr eure Rente, eure gesetzliche Rente sicher? Und 72% repräsentative Umfrage, meine Damen und Herren, haben gesagt, Nein, die Rente ist auf lange Sicht eher unsicher. 21% halten die Rente für sicher und 7% äußerten sich nicht. Und ganz hochinteressant, das ist Meinungsbildung, meine Damen und Herren, die es ja schon seit Jahren gibt und die auch hier in dieser Umfrage wieder bestätigt wird, die aber leider von der aktuellen Politik und auch von der Regierung davor, von Frau Merkel und den anderen Bundesregierungen, auch von der Regierung unseres Bundeskanzlers Kohl, schlicht und ergreifend ignoriert worden sind. Die Mehrheit der Deutschen will, dass auch Beamte, Freiberufler und Politiker in die allgemeine Rentenversicherung einzahlen. Meine Damen und Herren, das sage ich jetzt auch schon seit längerer Zeit, dass es ein Gebot der Vernunft und der Gerechtigkeit ist, dass alle Menschen, alle erwerbstätigen Menschen in Deutschland in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und mit einem Märchen möchte ich bitte mal hier aufhören, aufräumen. Wir reden immer vom Generationenkapital und wie schön das alles in Schweden ist, meine Damen und Herren. Das mag alles sein und Herr Lindner mag das auch ganz toll finden, wie liberal dort auch mit dem Renteneintrittsalter mit einer Tätigkeit im Rentnerdasein umgegangen wird. Und das ist ja dort in der zweiten Säule, in der Säule mit dem Aktienkapital dort so toll sein soll. Muss man auch mal alles mit Vorsicht genießen. Aber eines sagt Herr Lindner nicht, wie das generelle System in Schweden aufgebaut ist. Und das generelle Rentenversicherungssystem in der ersten Säule, und das kann Ihnen jeder, der dort beruflich tätig ist, bestätigen und auch die entsprechenden Hinweise gibt es im Internet nachzulesen. In Schweden ist ab dem 16. Lebensjahr jeder, der Geld verdient, in der gesetzlichen Rente dort versichert. Beamte, Selbstständige, alle durch die Bank weg. Das verschweigt uns Herr Lindner mit seinen tollen Dingen, die er uns hier verkaufen will, sondern er sagt ja nicht, dass das System in Schweden nur deshalb auch funktioniert, weil dort alle in das Rentenversicherungssystem einzahlen. Also meine Damen und Herren, das was des deutschen Wille ist, des deutschen Mehrheitswille ist, sollten wir auch langsam aber sicher mal umsetzen, nämlich dass Beamte, Freiberufler, so wie ich auch, ich bin auch Freiberufler, Anwalt und Politiker in die alte, in die allgemeine Rentenversicherung einzahlen. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters über die 67 Jahre hinaus wollen demnach nur 8%. 53% haben sich sogar für eine Absenkung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Also meine Damen und Herren, nichts ist es mit Rentenerhöhung und Co., also nichts ist es mit Renteneintrittsaltererhöhung und Co., sondern die Leute wollen einfach nicht mehr so lange arbeiten und sie wollen auch, dass Beamte, Freiberufler und Politiker in die Rentenkasse einzahlen. Und eines dürfte auch klar sein, und das kann man nicht mehr schönreden und wegreden, wie es auch die Präsidentin Gundula Rosbach wieder mal versucht hat, die Leute sind einfach davon überzeugt, dass die gesetzliche Rente nicht mehr sicher ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel